10 ultimative Militär- und Polizeihunderassen Hunde sind so viel mehr als nur Haustiere. In der Welt der Strafverfolgung können sie echte Superhelden sein. Lerne die unglaublichen K9-Polizeihunde und Soldaten kennen, die ihre Pfoten in den Dienst der Sicherheit unserer Gemeinschaft stellen. Vom Aufspüren von Drogen und Sprengstoff mit ihren Supernasen, über das Aufspüren von Verdächtigen bis hin zur Rettung von Menschen in schwierigen Situationen. Diese speziell ausgebildeten Tiere haben einen Riecher für Gerechtigkeit. Aber nicht jeder Bello hat das Zeug zu einem Militär- oder Polizeihund. Wir stellen dir die 10 furchtlosesten und diszipliniertesten Rassen vor, die es geschafft haben. Nr. 10 Deutsch-Kurz-Haar-Vorstehhund Deutsch-Kurz-Haar-Vorstehhunde sind für ihre Sportlichkeit und Vielseitigkeit bekannt und haben sich in verschiedenen Funktionen bewährt. Zunächst als Jagdschunde, später dann im Militär- und Polizeidienst. Mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn und ihren außergewöhnlichen Fährtenfähigkeiten werden diese Hunde oft bei Such- und Rettungsaktionen eingesetzt. Ihr ausgeprägter Trieb, ihre Intelligenz und ihre hohe Ausbildungsfähigkeit machen sie ideal für Aufgaben, die Präzision und Konzentration erfordern. Die Fähigkeit des Deutsch-Kurz-Haar-Vorstehhundes, in Stresssituationen ruhig und gelassen zu bleiben, macht ihn noch geeigneter für solche Aufgaben. Egal, ob es darum geht, Sprengstoff zu erschnüffeln oder vermisste Personen aufzuspüren, diese bemerkenswerten Hunde stellen immer wieder ihren Wert unter Beweis. Nummer 9 Riesenschnauzer Der Riesenschnauzer mit seinem robusten Körperbau und seiner unerschütterlichen Entschlossenheit hat sich zu einer beeindruckenden Kraft bei militärischen und polizeilichen Einsätzen entwickelt. Diese Hunde haben einen scharfen Verstand, lernen schnell und können sich an verschiedene Aufgaben anpassen. Mit ihrem natürlichen Beschützerinstinkt eignen sich Riesenschnauzer hervorragend als Wachhunde, die in sensiblen Gebieten eine zuverlässige Präsenz zeigen. Diese Tiere nehmen den Schutzauftrag sehr ernst. Sie sind auch sehr gut als Blindenhunde geeignet. In der Polizeiarbeit werden sie aufgrund ihrer Größe und Stärke zur Festnahme von Verdächtigen eingesetzt. Die Loyalität und der Mut des Riesenschnauzers sorgen dafür, dass sie immer bereit sind, ihre Hundeführer und Kollegen zu schützen und zu verteidigen. Nummer 8 Arydale Terrier Lass dich nicht von ihrem charmanten Äußeren täuschen. Arydale Terrier sind nicht nur liebenswerte Gefährten, sondern auch erfahrene Polizeihunde und engagierte Soldaten. Sie gehören zu den Pionieren, die im Ersten Weltkrieg in der britischen Armee dienten. Diese klugen und furchtlosen Vierbeiner standen als Wächter aufrecht und wurden sogar als Boten auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Und nicht nur das. Sie arbeiten mit dem Roten Kreuz zusammen, um verwundete Soldaten aufzuspüren. Ihr ausgeprägter Geruchssinn und ihr natürlicher Beschützerinstinkt machen sie zu hervorragenden Helfern, wenn es darum geht, Bedrohungen zu erkennen und für Sicherheit zu sorgen. Diese mutigen Hunde nehmen furchtlos jede Herausforderung an und zeigen, dass sie ihren Hundeführern und den anstehenden Aufgaben treu ergeben sind. Nummer 7 Weimarana Das ist der Weimarana, der wegen seines fahlen Fells und seiner Augenfarbe auch German Grey Ghost genannt wird. Der schlanke und elegante Weimarana hat dank seiner beeindruckenden Fähigkeiten seinen Platz in den Reihen der Militär- und Polizeihunde gefunden. Diese Tiere verfügen über einen außergewöhnlichen Geruchssinn und Fährtenfähigkeiten, was sie zu wertvollen Helfern bei Such- und Rettungsaktionen macht. Dank ihrer Intelligenz eignen sich Weimarana hervorragend für verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel zum Aufspüren von Bomben und zur Drogenfahndung. Ihr ruhiges und beständiges Temperament und ihr angeborener Beschützerinstinkt machen sie zu zuverlässigen Partnern für Polizeibeamte. Mit ihrem auffälligen silbernen Fell und ihrer erstaunlichen Arbeitsmoral sind Weimaraner wahre Helden auf ihrem Gebiet. Nummer 6 Irish Terrier Eine weitere Fellnase, die im Ersten Weltkrieg stolz gedient hat, ist der mutige Irish Terrier. Diese kleinen Hunde ließen sich von ihrer Miniaturstatur nicht aufhalten. Sie dienten furchtlos an der Seite der britischen Armee und überbrachten wichtige Nachrichten durch die tückischen Schützengräben. Und nicht nur das. Auch ihre Wurzeln als Nagetierjäger kamen ihnen zugute, als sie mutig gegen das lästige Ungeziefer auf dem Schlachtfeld vorgingen. Sie sind für ihr feuriges Temperament und ihre unerschütterliche Loyalität bekannt und eignen sich hervorragend für Aufgaben, die schnelles Handeln und eine hartnäckige Haltung erfordern. Irish Terrier werden oft für Patrouillen eingesetzt, da ihre Wachsamkeit und ihre scharfen Sinne es ihnen ermöglichen, Bedrohungen zu erkennen und ihren Führern wertvolle Hilfe zu leisten. Mit ihrem charmanten Aussehen und ihrem unerschütterlichen Mut sind diese temperamentvollen Hunde ein echter Gewinn im Dienst. Nummer 5 Boxer Mit ihren ausdrucksstarken Augen und ihrer verspielten Persönlichkeit bringen Boxer eine einzigartige Mischung aus Scham und Stärke in Militär- und Polizeieinsätze. Diese Hunde verfügen über eine beeindruckende Kraft und Athletik, was sie ideal für körperlich anspruchsvolle Aufgaben macht. Boxer wurden als Patrouillenhunde, Drogenspürhunde und Personenschutzhunde eingesetzt. Dank ihrer Intelligenz und Ausbildungsfähigkeit können sie sich schnell an verschiedene Situationen anpassen. Ihre Loyalität ist unübertroffen, so dass sie eine unzertrennliche Bindung zu ihren Hundeführern aufbauen. Boxer kämpften in beiden Weltkriegen an der Seite des deutschen Militärs und ebneten so den Weg für ihren weltweiten Ruhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten viele Soldaten, die in ihre Heimat zurückkehrten, diese geliebten Hunde mit, was ihre weltweite Popularität steigerte. Nummer 4 Alaskan Malamute Der Alaskan Malamute ist ein großartiger Superstar unter den Schlittenhunden, der nicht nur wie der Weihnachtsmann Geschenke ausliefert, sondern auch eine entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg spielte. Diese pelzigen Helden gehörten zu den ersten Hunden, die zum Fallschirmspringen ausgebildet wurden und furchtlos in unwegsames Gelände sprangen, um abgestürzte Flugzeuge und verschollene Flugzeugbesatzungen zu retten. Das ist eine neue Dimension des Aportierens. Diese treuen und entschlossenen Feldträger, die für ihre unerschütterliche Stärke und Ausdauer bekannt sind, haben sich zu zuverlässigen Partnern bei Militär und Polizei entwickelt. Alaskan Malamutes sind eine der ältesten und größten arktischen Schlittenhunderassen, die ursprünglich von den Inuit gezüchtet wurden, um schwere Lasten unter den harten Winterbedingungen zu transportieren. Sie haben ein dickes, doppeltes Fell, das sie bei eisigen Temperaturen warm hält. Außerdem sind sie sehr energiegeladen und wachsam. Mit ihrem auffälligen Aussehen und ihrer beispiellosen Arbeitsmoral sind Alaskan Malamutes immer für eine Herausforderung zu haben und bezwingen extreme Wetterbedingungen wie wahre Champions. Sie wären wahrscheinlich nicht die besten Polizeibegleiter in Miami, aber in kälteren Regionen sind sie gut aufgehoben. Nummer 3 Labrador Retriever Labrador Retriever sind mit ihrem freundlichen Auftreten und ihrer Intelligenz ein fester Bestandteil in Militär- und Polizeikreisen geworden. Diese liebenswerten Hunde eignen sich hervorragend für verschiedene Aufgaben wie Fährtensuche, Such- und Rettungsaktionen und das Aufspüren von Sprengstoff. Ihr bemerkenswerter Geruchssinn in Kombination mit ihrer unerschütterlichen Aufmerksamkeit und ihrem Gehorsam machen sie zu unschätzbaren Helfern bei verschiedensten Einsätzen. Sie gehören zu den besten Vertretern für das Aufspüren von Sprengstoff und Drogen. Labrador Retriever lassen sich gut ausbilden und wollen ihren Herrchen und Frauchen gefallen, so dass sie komplexe Aufgaben schnell erfassen und ausführen. Labradore haben außerdem einen angeborenen Orientierungssinn, der ihnen hilft, Routen zu finden und ihren Besitzern einen sicheren Weg zu weisen. Sie können sich vertraute Routen merken und ihnen folgen, was sie zu zuverlässigen Begleitern für Menschen mit Sehbehinderung macht. Nummer 2 Border Collie Der Border Collie gilt als der intelligenteste Hund der Welt und war eine der Hunderassen, die während des Ersten Weltkriegs von der britischen Armee rekrutiert wurden, um als Botenhund, Wachhund und zum Ausspüren verwunderter Soldaten zu dienen. Obwohl sie nicht mehr als Militärhunde eingesetzt werden, werden sie immer noch von der Polizei verwendet. Tatsächlich sind Border Collies die perfekten Polizeihunde. Der Schäferhund, der sich in einen Hütehund verwandelt hat, lässt sich sehr gut ausbilden und eignet sich hervorragend für Aufgaben, die Präzision und schnelles Denken erfordern. Ihre außergewöhnlichen Problemlösungsfähigkeiten und ihre Fähigkeit, Situationen schnell einzuschätzen, machen sie zu idealen Partnern für Polizeibeamte. Sie sind engagiert und können auch unter Druck gut arbeiten, was in der anspruchsvollen Polizeiarbeit immer geschätzt wird. Getreu ihrer Herkunft zeigen Border Collies eine bemerkenswerte Konzentration und Kontrolle, wenn sie mit Schafen oder anderen Tieren arbeiten. Sie nutzen ihren intensiven Blick, ihre schnellen Bewegungen und ihr reaktionsschnelles Wesen, um Herden effektiv zu leiten und zu führen. Sie werden immer noch häufig als Arbeitshunde in landwirtschaftlichen Gemeinden auf der ganzen Welt eingesetzt, Schafe hüten und Verbrechen bekämpfen. Darum geht es bei diesem problemlösenden und ultimativen Multitasker, der sowohl auf den Feldern als auch auf den Straßen für Ordnung sorgt. Nr. 1 Belgischer Mali-Noise Ganz oben auf der Liste der Militär- und Polizeihunderassen steht der belgische Mali-Noise, ein selbstbewusster, fleißiger und äußerst loyaler bester Freund des Menschen. Mit den Qualitäten des belgischen Schäferhundes und des Ter-Vouren wurden sie im Ersten Weltkrieg als Hütehunde zu Boten und Sanitätern. Heute sind sie dank ihres intelligenten Wesens und ihres athletischen Körpers die erste Wahl für militärische Aufgaben. Diese Vierbeiner haben die perfekte Kombination aus Intensität und Aggressivität für militärische Einsätze. Das auffällige Aussehen und der ausgeprägte Tatendrang des belgischen Mali-Noise haben ihm auch einige große Rollen in Filmen und Fernsehsendungen wie Max und Person of Interest eingebracht. Sie haben auch die perfekte Größe für die Polizeiarbeit. Sie sind leichter als ihre größeren Cousins, die deutschen Schäferhunde, was sie zur idealen Wahl für Fallschirmeinsätze macht. Frag einfach Kairo, den Mali-Noise, der geholfen hat, Osama bin Laden zu fangen. Zeigt dein Hund Veranlagungen für komplizierte Polizeiaufgaben? Vielleicht bist du stolzer Besitzer eines Alaskan Malamute oder eines Boxers, wusstest aber bisher nicht, dass seine Verwandten mit Militär- und Polizeiarbeit zu tun haben? Lass uns das alles in den Kommentaren unten wissen. Wenn du noch mehr faszinierende Tiere sehen willst, dann besuche unseren Kanal und drücke die Gefällt-mir- und Abonnieren-Buttons, damit du kein zukünftiges Video von uns verpasst.